Mithilfe einer Kombination von Vorlagen und Makros können Sie Ihre eigenen Blaupausen oder Blueprints erstellen. Dazu gehen Sie unten links in der Randleiste auf Bereich Konfigurieren und dann auf Inhalte. Hier unter Vorlagen klicken Sie rechts auf Neue Vorlage erstellen. Geben Sie den Vorlagentitel ein. Auf der Seite erstellen Sie dann das Grundgerüst Ihrer Blaupause. Dann klicken Sie auf Speichern. Im Erstellendialog sehen Sie dann Ihre neue Blaupause und können daraus eine Seite erstellen. In diesem Link zu unserem Confluence Einsteigerguide finden Sie ein ausführliches Tutorial, wie Sie eine umfangreiche Blaupause mit Makros erstellen.